Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Christoph und heute sprechen wir immer über die kostenpflichtige Maut in Polen. In meinen Videos geht es immer um das Thema Polen. Also wenn du auch in Zukunft keine Videos mehr zum Thema Polen verpassen möchtest, nimm dir doch bitte die Sekunde Zeit, hinterlass mir ein Like und abonniere auch gleich den Channel. Damit würdest du mir wirklich sehr weiterhelfen. Vielen Dank dafür. Kommen wir aber jetzt zum Hauptthema des Videos. Und zwar hat ein Zuschauer unter einer meiner Videos einen Kommentar hinterlassen. Und zwar, hallo Christoph, da wir in zwei Wochen eine Wohnmobil-Rundreise durch Polen machen wollen, sind deine Videos echt Gold für uns. Interessant wäre mal ein Bericht über Einreise Maut Viatorl. Mach weiter so, herzliche Grüße. Die Sommerferien haben begonnen. Die Leute fangen an zu reisen und den Mautgebühren ist kaum zu entkommen. Im Polen werden Mautgebühren berechnet. Die längsten Straßen, wo es berechnet wird, ist die A1, A2 und A4. Es gibt aber auch noch weitere Autobahnen, Landstraßen und Schnellstraßen, wo es berechnet wird. Hier gibt es zwei Betreiber. Einmal den privaten Betreiber und einmal den staatlichen Betreiber. Also das heißt der Staat, der das betreibt. Je nachdem, was für einen Streckenabschnitt man nutzt, wie viele Kilometer man fährt und mit was für einem Fahrzeug man fährt, das heißt unter 3,5 Tonnen oder über 3,5 Tonnen variiert natürlich der Kilometerpreis. Das heißt zwischen 16 und 53 Grosche. Das sind umgerechnet circa zwischen 3 und 11 Euro Cent. Wenn ihr mit einem Fahrzeug unter 3,5 Tonnen fährt, habt ihr eigentlich nicht viel zu beachten. Ihr fährt an die Mautstation dran, zieht ein Ticket und gebt das an der nächsten Mautstation wieder ab. In meinem Reisebericht Video habe ich mal so eine Aktion gefilmt. Das Video müsste jetzt hier oben irgendwo aufploppen. Könnt ihr euch dann gerne anschauen, dann seht ihr wie das alles aussieht. Etwas interessanter wird das, wenn man mit einem Fahrzeug über 3,5 Tonnen fährt und die staatlichen Strecken benutzt. Weil dann gibt es hier ein bestimmtes System, das ist das VIA-TOL-System bzw. ich glaube sogar jetzt ab Juni ist es schon das E-TOL-System. Und um einfach eine Strafzahlung oder Probleme zu entgehen, gibt es da wirklich zwei, drei Sachen, die man beachten sollte. Das E-TOL-System basiert auf der Technologie der Satellitenortung und virtuellen Mautportalen. Nach der Anmeldung bzw. Registrierung auf E-TOL kriegt ihr dann sowas wie ein, wie kann man das sagen, Bordgerät. Dieses Bordgerät klebt ihr dann vorne, zum Beispiel oben rechts an der Windschutzscheibe dran. Und dieses Gerät übermittelt dann weiter über Satellit, wo ihr euch gerade befindet bzw. welche Stationen ihr bis jetzt gefahren seid. Wodurch dann auch berechnet werden kann, wie viel ihr an der nächsten Mautstation bezahlen sollt. Die E-TOL-Nutzer haben eine extra gekennzeichnete Einfahrt auf den Mautstationen. Man fährt quasi ran und die Schranke öffnet sich automatisch. Bezahlt wird, indem man vorher das E-TOL-Konto auflädt oder über die mobile App. Ich rate euch vor der Reise euer E-TOL-Konto immer aufzuladen. Solltet ihr trotzdem mal in die Situation geraten, mit einem nicht ausreichend gedeckten Konto durch eine Mautstation zu fahren, habt ihr danach trotzdem noch drei Tage Zeit, die fehlende Summe auszugleichen. Solltet ihr das nicht tun, kann eine Strafe von bis zu 1500 Slotte auf euch zukommen. Alle weiteren Informationen zu E-TOL, wie man sich da zum Beispiel anmeldet und Informationen, wie man seine Autobahngebühren ausrechnet, wenn man zum Beispiel von Deutschland in eine bestimmte Stadt nach Polen fährt, packe ich euch dann gleich unten in die Videobeschreibung. Sollte ich in Zukunft auch mal einer deiner Fragen eventuell beantworten, kannst du es mich gerne auf Instagram wissen lassen. Da heiße ich Schnurwinski on Tour. Der Name müsste jetzt hier oben in der Ecke irgendwo aufleuchten. Des Weiteren würde ich mich wirklich freuen, wenn du den Channel abonnieren würdest und mir ein Like da lässt. Damit würdest du mir wirklich sehr weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen.